ja herzlich willkommen zu einem neuen video von the fischer online mit mir dem anderen waterfranc wir sind hier gerade in deutschland ist auch einiges hier geändert worden zum beispiel links da sieht man jetzt gerade nicht so dass auf jeden fall zwei stauben waren den neuen zu bekommen wir sind jetzt hier gerade an position 3 und versuchen gerade hier ein bisschen karpfen zeigen sieht jetzt hier schon neue wasseranimation ja diese wellen die gerade zu sehen waren wir gucken ob wir noch mal einen größeren fisch fangen dann sieht man das noch ein bisschen besser weil desto größer der fisch ist desto mehr wellen kommen denn hier aber wie gesagt wir sind jetzt hier hier ist der spawn hier sind die beiden hier ist einmal der staudamm und hier ist glaube ich auch noch mal so eine brücke ich habe jetzt hier drauf karpfenhonigfutter erdbeerboilie hier habe ich ein 1er haken drauf hier habe ich ein 2er haken drauf mit tigernusskarpfenhonig und hier habe ich erdbeere karpfenhonig auch ein zweier haken weil könnte das das was also das neue wassersystem gibt es jetzt momentan für ukraine belarus und deutschland jetzt hier bei dem fisch wenn es nicht so gut sehen weil wenn zu klein sind dann klar dann machen die auch nicht so viel action auf dem wasser hier aber ein bisschen sieht man es immer ja und das könnt ihr wenn ihr jetzt hier das spiel auf experimental branch also eigenschaften bei steam also auf das spiel eigenschaften und dann auf betas und da könnt ihr die version ändern ihr könnt ja auch ganz normal im live betrieb weiter angeln und dann könnt ihr quasi immer schon das so ein bisschen testen was er hier neu ein spiel implementieren will weil er sucht halt bugs der noch mal die info für euch ich habe das spiel jetzt seht ihr hier soweit auf deutsch das könnt ihr zum beispiel jetzt er hat einen workshop workshop funktion eingebaut und über dieses workshop feature also wenn ihr bei steam seid auf das spiel geht dann auf workshop könnt ihr die deutschen sprachdateien abonnieren die sich dann immer wieder aktualisieren und dann ist das spiel auch ganz normal auf deutsch um das zu aktivieren müsste quasi im hauptmenü sein also nicht hier im spiel sondern wenn das spiel startet im hauptmenü dann habt ihr hier oben rechts ein zahnrad und da könnte das dann auf deutsch umstellen so mal gucken also wie gesagt der dreier spot läuft eigentlich nicht so schlecht ein paar fische habe ich jetzt schon gefahren aber es gibt hier auch noch ein spot der ist hier weiter links bei der 10 den können uns vielleicht auch noch mal angucken ob der vielleicht ein bisschen besser läuft ich warte jetzt erst mal auf dem fetten bis um euch doch mal die wasser animation zu zeigen aber wie gesagt ich habe hier sonst auch immer meine quest gemacht wenn wir jetzt hier mal auf aufgaben gucken hier die 26 kilo habe ich relativ schnell gefangen ging relativ zügig jetzt habe ich hier noch eine schuppenkarpfen quest angenommen da kommt der nächste bis noch der besser ist ein bisschen stärker bisschen stärker da könnte man eventuell die animationen vom wasser schon wieder ein bisschen sehen ja und das wird er quasi auf jedes gewässer jetzt übernehmen nach und nach gucken ob man den jetzt gleich wieder sieht also desto größer der fisch ist auch wenn er denn mal an die oberfläche kommt dann sieht man das halt wirklich sehr sehr gut da jetzt ist es schon fast auch wieder zu klein nehmen wir aber für die quest mit hier aber ich kriege gleich noch für die quest 97 silber ja wenn ihr mehr auf schuppenkarpfen gehen wollt kann ich euch erdbeerbeulie empfehlen und wenn ihr mehr auf spiegelkarpfen gehen wird wenn ihr jetzt eine quest für spiegelkarpfen machen wollt dann auf jeden fall tigernuss ist nicht schlecht das ist ganz gut für die spiegelkarpfen also man fängt hier nicht schlecht wie gesagt an der 10 soll man auch ganz gut fangen also wie gesagt müsst ihr mal testen ob die 10 oder drei bei euch besser läuft der der schon ein bisschen größer glaube ich jetzt war auch ein bisschen schwächer meine route hier die über das workshop könnt ihr euch zum beispiel auch skins runterladen sound dateien und alles mögliche da sieht man schon jetzt da sieht man schon die wellen jetzt kommt da ja und das quasi neu diese diese ja wenn damals also diese bewegung da am wasser nehmen wir auch noch mit damals schon drei von vier mal aus da könnt ihr auch mit t auswerfen wer das von euch noch nicht weiß wenn ihr einmal ausgeworfen habt und meinetwegen ihr habt da eine gute stelle gefunden dann könnt ihr beim nächsten auswurf t drücken dann dürfte an die gleiche stelle noch mal oder kommt der nächste bis am nächsten video gehen wir auf jeden fall mal nach polen da habe ich richtig bock drauf weil da auch viel gemacht da habe ich mir jetzt auch schon diese sieben kilo light route geholt mit der light casting rolle da bin schon ganz gespannt drauf habe ich richtig bock drauf mal da ein bisschen zu angeln ja ich habe jetzt ja auch ein club gegründet na also ich suche da auch noch aktive mitglieder die auch die club aufgaben denn machen dass wir den club halt auf max level leveln können ja also wenn ihr bock habt schreibt mich sonst einfach im discord an discord link ist in der beschreibung drin über den kommentaren bei mehr ansehen der discord link drin schreibt mich einfach an oder kommt ins discord dann quatsch nur ein bisschen und dann kann ich euch hier in den club einladen momentan glaube ich elf mitglieder sind jetzt level 2 auf dem guten wege zu level 3 so kommt der nächste wieder ein schuppi damit die quest abgehandelt erledigt also schuppen schuppenkarpfen bringt auch deutlich mehr als der spiegelkarpfen bringt mehr xp vom silber her müssten wir mal gucken was da mehr bringt aber wenn ihr schnell leveln wollt würde ich an eurer stelle eher auf schuppenkarpfen gehen als auf spiegelkarpfen es sei denn ihr macht hier halt die quest hier halt dann hier sind zum beispiel noch zwei schuppenkarpfen fest drin welche die bachforelle da war ich noch nicht so richtig wo die hier zu finden sind damen guten bis damen guten bis damen guten bis jetzt läuft sie so langsam an der spot der läuft jetzt an hier das ist schon echt ein guter ist jetzt auf erdbeer volley könnte könnte ein guter schuppi sein oder wenn das ein schuppi ist könnte der eventuell vielleicht sogar an die trophy größe gehen weil ab 12 kilo ist schuppi momentan ein trophy wie gesagt das ändert sich auch immer mal pumpte meist immer so ein bisschen seitlich raus probel damit schifft immer ein mal gucken da werden wir jetzt gute wellenbewegungen sehen also da werden gut oberflächen animation gleich zu sehen da sieht man jetzt schon die bewegung hat das hier schon echt geil aus das sieht schon echt cool aus da jetzt 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 sieht man es richtig gut jetzt sieht man es richtig gut ja dass wir größer fisch ist dann sieht man das immer ein bisschen besser ziehen wir gleich an die oberfläche hier das ist ein guter schuppi aber es glaubt der trophy wird auf jeden fall noch ein bisschen mehr kämpfen wie gesagt ab 12 kilo wie gesagt und damit ich euch in den club einladen kann müssen wir halt am gleichen gewässer sein und dann kann ich euch über den lokalen chat halt einladen ich glaube anders anders geht das glaube ich auch noch nicht jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger so da haben wir noch ein bisschen ich würde sagen den fisch nehmen wir noch mit und ja den nehmen wir auf jeden fall noch mit aber läuft auf jeden fall nicht schlecht wir können auch gleich noch mal zum shop gehen zum fischhändler mal gucken was die spiegel karpfen ob jetzt spiegel oder schuppi mehr bringt das mal vergleichen nennen was was jetzt also zum leveln auf jeden fall definitiv der schuppi und zum geld verdienen müssen wir gleich mal schauen ich finde das cool die entwicklung geht auf jeden fall sehr schnell voran super so denn gehen wir kurz zum shop ist auch geil aus deutschland aber echt schick gemacht hier da hinten ist auf jeden fall eine staumauer und da ist auch hier da hinten auch noch mal hier rechts sieht man ein bisschen ist auch vielleicht eine brücke da hinten sein aber habe ich schon sieht euch schon schick aus so fischhändler so spiegel karpfen 1,2 kilo 5 silber sind ungefähr gleich und karpfen ja klar 6 kilo bringt schon deutlich mehr gucken wir hier noch mal ein kilo und ein kilo ja also vom silber her sind die ungefähr gleich schuppi sogar ein bisschen mehr also schuppi bringt auf jeden fall ein bisschen mehr xp und ein bisschen mehr silber also ein bisschen mehr dollar gut das sollte erst mal gewesen sein vielen dank fürs einschalten und dann bis zur nächsten folge und euer in der wurde frengen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020